Das geht nicht, Walker. Ja, nichts viel weg hier. Und wohin? Die haben uns umstellt. Attacke! Nein! Nein! Hilfe, Ziele! Oh Gott, ich brauche Hilfe, Walker! Blöden Schweine! Auf die Beine, Soldat! Befehlverweigerung, Sie dienen gar nicht ähnlich, Captain. Los, gehen wir. Walker, was ist hier los? Ich zeige Conrad, dass er sich in mir getäuscht hat. Ja. Wir müssen wohl beide noch viel lernen. Aber ich fürchte, Ihre Lehrstunde wird schmerzhaft kurz ausfallen. Denken Sie dran, Captain. Sie haben Ihre Chance. Alter, wir haben keinen von denen retten können. Das mit der Zickmüder, das war jetzt, äh... Ja, keine Ahnung, das war... ...ne Glückssache jetzt, dass ich den Erfolg gemacht habe. Das wusste ich nicht. Aber Mann, da hätten wir doch lieber den Soldaten töten sollen. Weil er hat die Scheiße verursacht. Nehmen wir mal mit. Salve. Scheint ruhig zu sein. Verdammt! Kurs in Deckung! Gegner erledigt! Wie sieht es aus, Walker? Wir wehren uns auf Fetzen! Siggi! Was hast du sonst? Munition ist voll. Lass nach! Gib mir Nekko! Der kommt aus der Deckung! Fuck it! Die haben meine Deckung fast zerstört. Guck mal, ich nehme die nach oben. Oben auf dem Zug! Feuer bestellt! Oh, ich hab die Buzzy abgeballert. Der erste Zug! Zehn Uhr! Okay, der nächste Buzzy ist down. Das war mit die... ...befährlichsten jetzt. Hörst auf die Schrotfländer aus! Okay, cool. Wieder in der Räder! Hörst damit! Scheiße! Erschieß den Mistack! Tendor an Boden! Gut, nice. Gehen wir in die Zunge. Okay. Der oben ist noch am Leben. Jetzt nicht mehr. Bam! Weg ist er. Wo sind die Nächsten? Katschen, ihr Schweine. Okay, ich nehme Deckung. Leute, ihr müsst euch ein bisschen drum kümmern. Und dringend erst mal Freiraum hier. Okay, nachladen. Okay, nachladen. Weiter geht's. Hey, geh in! Los, Lugo! Ja, sorry, Lugo! Okay, hoch! Okay, hoch! Scheiße, ich bin down! Fuck it! Das war nicht so gewollt. Erstmal auf ne Tüte schützt und so. Nimm, 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 nimm! Alter Schwede! Das wird aber nicht weniger, ey! Ey, ich muss ja nicht unbedingt den ganzen Weg noch mal von vorne machen, ey! Ich kann nicht sehen, die aber auch nicht rauskommen! Die Soldaten waren ja schnell weg, da bin ich nicht so sicher. Voll, zweite! Kein bestätigt! Zweite, der andere, das ist so! Ey, wo fallen da wo? 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 Ja, das wussten wir halt diesmal. Schon kaum richtig zielen, Alter. Ey, kümmert ihr euch um welche oder mache ich wieder alles alleine hier? Thomas, das verdammt gut, Alter. Ich hatte ein bisschen die Hoffnung. Ich hatte ein bisschen die Hoffnung. Okay, jetzt fahren wir down. Okay, hier waren wir down. das ist der mit dem dicken MG wir haben es gleich jetzt schnell wir müssen nach dem Staub raus da vor uns, seht ihr das? ich sehe es, los, los ich weiß, sie hören zu können also passen sie auf dieser Krieg ist vorbei Dubai wird evakuiert werden und sie wird man ihres Kommandos entheben ein Machtwort Ricks, Kapitel 10 Luft ist rein, Walker dann schnappt euer Zeug und los wohin jetzt? vor den Stürmen brauchte Conrad einen Spähposten von wo er ganz Dubai überschauen konnte da der größte Tower Dubais dahin okay, wir haben ein Ziel Walker ich muss mit dir reden, wegen vorhin wir haben Conrads Aufmerksamkeit was gibt es da zu reden? ich hab dich noch nie so erlebt mir fehlt nichts, Adams wir können nicht ignorieren, was wir gesehen haben wir verlassen Dubai nicht bis die Überlebenden sicher evakuiert werden können ihr müsst mir vertrauen ich trau dir, Walker ich denk nur, du liegst falsch womit liege ich falsch? verdammt wenn mich jemand hört hier ist Ricks wir werden von der 33. attackiert brauchen Hilfe, schnell verdammt wenn mich jemand hört verdammt du Affe aber das war ich eigentlich nicht aber das war ich eigentlich nicht aber das war ich eigentlich nicht wer ihr auch seid danke für die Hilfe haltet uns die Kerle vom Leib ich könnte vergessen die nütze nicht in Deckung in Deckung ich kann nicht weiter zu viel mehr Schuss war da ok die Beine hab ich noch irgendwelche Fischi alter weiter weiter ok die Kollegen ballern wir jetzt ein bisschen mit hier Ne, lass mich ruhig mal am Leben Wir sind schwer unter Beschuss, scheiße, sie haben einen gewissen Fuck it Ach, bleib liegen, verdammt Feind erledigt Los, runter jetzt Waren 30, der zieht sich zurück Das ist der letzte, kommt hierher Das Schlimmste ist überstanden, los Stirb, du Arsch Los, die kommen wieder Okay, die haben wir auch aufhalten können Einigermaßen Captain Walker Jeff Riggs Kommen Sie rein, bevor ein Scharfschütze Sie umnietet Schon gut Entschuldigung? Falls ihr es nicht gemerkt habt, wir haben euch eben den Arsch gerettet Ziemlich frech, der junge Captain Er heißt Sergeant Lugo Und er hat recht Wirklich? Also, wo ist Agent Gold? Er hat es nicht geschafft Schätze, man kann nicht jeden retten, was? Schätze, ihr seid mir was schuldig Typischer CIA Bullshit Wollen Sie mir erstmal zuhören, bevor Sie mich abknallen, Junge? Haben Sie einen Plan, außer alle abzuknallen? Klar haben wir einen Plan Not so, Agent Erzählen Sie Etwa 400 Meter von hier ist der Hauptwasserspeicher der Stadt Da wollten wir hin, als die uns angriffen Mein Job, Captain, ist, mir dieses Wasser zu holen und so die 33. zu schwächen Sie glauben, Wasser ist hier der Schlüssel? Wir sind in der Wüste, Junge Da ist Wasser, der Schlüssel zu allem Scheiße Granate Check on Ich sehe nichts Bleibt unten Nicht Kontakt Ist das Riggs? Nein, da, Delta Wo steckt dann der Halte? Der ist hier Du verdammter Drecksack Du bist tot Na los, ihr kostet mich Zeit Wir kosten Ihnen Zeit Kommen Sie, Jungs Feuer frei Wir drehen erledigt Ich hol meine Leute raus Weg nach uns da Oh, hier wird schon wieder geflasht Lade nach! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Lade nach! ut Zeit abschauen. Scharf schützen. Ja, genau. Lenkt sie für mich ab. Ich bin unterwegs. Rick, verdammt, wo stecken sie? Ich rette euch hier den Arsch. Nichts zu danken. Vorsicht, was bleibt liegen, verdammt. Da will er aus dem Neckum. Fein erledigt. Blende die Arschlöcher. Ja, süß. Stirb jetzt. Beine auf dem Dach. Vorsicht. Hört er mit der Pistole an schon auf, der alte Mann. Nicht schlecht. Okay, weiter geht's. Das ist euer geringstes Problem, Kollege. Hab einen.